In den USA passieren gerade einige außergewöhnliche Dinge. Mit Donald Trump ist zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein ehemaliger US-Präsident insgesamt viermal angeklagt worden. Die Verfahren laufen alle noch. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video, das oben auf dem i verlinkt ist und auch unten in der Infobox. Außerdem ist gerade ein Sonderermittler gegen den amtierenden Präsidenten im Einsatz, gegen Joe Biden. Es geht dabei um geheime Dokumente aus der Zeit seiner Vizepräsidentschaft, die Biden in privaten Räumen gelagert haben soll. Und übrigens genauso wie Donald Trump, auch dazu erfahrt ihr mehr in dem Video oben auf dem i. Und auch das hat es so noch nie gegeben. Ein weiterer Sonderermittler beschäftigt sich mit Vorwürfen gegen den Sohn von Joe Biden, Hunter Biden. Und während über die ersten beiden Fälle ziemlich ausführlich berichtet wird, vor allem über Donald Trump, bekommt man über Hunter Biden, zumindest bei uns, relativ wenig mit. Noch muss man sagen, denn der Fall Hunter Biden könnte sich zu einem der zentralen Themen im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf in den USA entwickeln. Und am Ende sogar zu einem versuchten Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden führen. Worum geht's da genau? Was ist bestätigt? Und was nur Gerücht? Darüber sprechen wir jetzt. Das hier ist Hunter Biden, 53 Jahre alt und Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden. Studierter Jurist, einer, der durch seinen Vater schon früh mit der Politik in Berührung gekommen ist, selbst aber nie politisch aktiv war. Und so wie sein Vater Joe hat Hunter in seinem Leben zwei heftige Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Als Kleinkind hat er seine Mutter und seine Schwester bei einem schweren Autounfall verloren. Und 2015 ist Hunters Bruder Beau, mit dem er ein sehr enges Verhältnis hatte, an den Folgen eines Hirntumors gestorben. In seinem Buch Beautiful Things beschreibt Hunter Biden, wie sehr ihn das damals aus der Bahn geworfen hat. Er hat massenhaft Alkohol getrunken, Drogen genommen und seine Frau betrogen. Mehrfach. Am Ende war seine Ehe zerstört und es hat eine ganze Weile gedauert, bis Hunter zumindest ansatzweise wieder auf die Beine gekommen ist. Nach der Trennung von seiner Frau hat er zunächst eine Beziehung mit der Witwe seines Bruders angefangen. Die war allerdings schnell wieder vorbei. Kurz danach wurde bekannt, dass Hunter ein Kind mit einer Tänzerin gezeugt haben soll. Er hat das zunächst bestritten, dann gab es einen gerichtlich angeordneten Vaterschaftstest und der hat ergeben, ja, Hunter Biden ist tatsächlich der Vater, dann hat er auch entsprechend eingelenkt. Und seit 2019 ist er mit einer Frau aus Südafrika zusammen und hat mit ihr inzwischen einen gemeinsamen Sohn. Und allein schon, dass man darüber so gut Bescheid weiß, das zeigt, in welcher schwierigen persönlichen Situation Hunter Biden ist. Aber damit nicht genug. Immer wieder sind in der Vergangenheit Fotos aufgetaucht, die ihn zum Beispiel halbnackt mit Prostituierten zeigen, rauchend in der Badewanne oder mutmaßlich Crack-konsumierend am Steuer eines Sportwagens. Ganz klar, der Lebenswandel von Hunter Biden ist, vorsichtig gesagt, außergewöhnlich und ein gefundenes Fressen für Boulevardzeitungen. Aber welche Rolle spielt die Politik dabei? Wie gesagt, anders als sein Vater Joe war Hunter nie wirklich politisch aktiv. Trotzdem spielt sein Leben in der öffentlichen Debatte immer wieder eine Rolle, und zwar eine große Rolle. Liegt es daran, dass er einfach der Sohn von Joe Biden ist und nach dem Motto, der Vater ist an allem schuld, der hat es falsch gemacht, und deshalb gibt es Probleme mit Hunter Biden? Nee, das wäre natürlich falsch. Warum sollte Joe Biden auch dafür verantwortlich sein, dass sein erwachsener Sohn heute fremdgeht oder Drogen nimmt? Der Fall geht viel tiefer. Und zwar so tief, dass er inzwischen nicht nur einen Sonderermittler des Justizministeriums beschäftigt, sondern einen kompletten Untersuchungsausschuss. Und dabei geht es ganz explizit auch um Joe Biden. Aber immer eine Reihe nach. Starten wir mit erstens der Sonderermittler. Im Laufe seines Lebens hatte Hunter Biden schon diverse Jobs. Er war unter anderem Hedgefondsmanager, Direktor in einem Ministerium, Berater und auch Rechtsanwalt. In dieser Zeit hat Hunter Biden viel Geld verdient. Zum Beispiel 2017 und 2018 insgesamt rund 1,5 Millionen US-Dollar. Das Problem dabei ist, genau für diese beiden Jahre hat Hunter Biden keine Einkommenssteuer an den Bund gezahlt. Auf die Spur gekommen ist die zuständige Staatsanwaltschaft Hunter Biden vor allem wegen eines Notebooks. Und zwar ein Notebook, das Hunter 2019 selbst zu einem Computerladen gebracht hat, mutmaßlich, um es reparieren zu lassen. Aber dann hat er es nie abgeholt. Über verschlungene Pfade, bei denen unter anderem auch der ehemalige Trump-Anwalt Rudy Giuliani involviert gewesen sein soll, ist der Inhalt des Notebooks dann bei den Behörden gelandet. Und auch bei einigen Medien. Mit Hilfe der Daten konnte die Staatsanwaltschaft Beweise zusammenstellen, die belegen, dass Hunter Biden mutmaßlich Steuern hinterzogen hat. 200.000 US-Dollar insgesamt. Und nicht nur das, 2018 soll sich Hunter Biden außerdem auch eine Schusswaffe besorgt haben. Und zwar illegal. Da denkt man sich zuerst, hä, wieso in den USA? Es ist doch ziemlich einfach, an Schusswaffen zu kommen. Das stimmt auch. Allerdings gilt dabei, man darf die Waffe nur dann erwerben, wenn man nicht abhängig von Drogen ist oder unter dem Einfluss von Drogen steht. Genau das war zu dieser Zeit aber wahrscheinlich bei Hunter Biden der Fall. Er schreibt das selbst in seinem Buch, das 2021 veröffentlicht worden ist. Damit hätte Hunter eindeutig eine Straftat begangen. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass beide Vorwürfe zutreffen und möchte Hunter Biden deshalb anklagen. Der wiederum hat seine Schuld zumindest angedeutet und sich über seine Anwälte auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen. Der Inhalt dieses Deals ist ganz vereinfacht gesagt, Hunter Biden bekennt sich schuldig und wird deshalb nicht weiter strafrechtlich verfolgt. Er bekommt ein paar Auflagen und das war es. Die Steuern hat er schon längst nachbezahlt. Ein Vorgang, der in den USA grundsätzlich nicht unüblich ist. Also die Staatsanwaltschaft macht einen Deal mit den Anwälten und die Anklage wird dann letztendlich fallen gelassen und es gibt keine weitere Strafverfolgung. Allerdings, bei so schweren Vorwürfen ist ein Deal dann doch nicht gerade alltäglich. Zieht dabei Hunter Biden der Promi-Bonus? Oder ist vielleicht Joe Biden im Hintergrund aktiv? Das zumindest haben viele Republikaner behauptet und Joe Biden unterstellt, dass er da über seinen Justizminister etwas eingefädelt hätte. Belege dafür gibt es allerdings nicht. Und der zuständige Staatsanwalt wurde sogar noch von Donald Trump eingesetzt. Das heißt also, er ist tendenziell eher unverdächtig, zu sehr auf der Seite von Joe Biden und seinem Sohn zu stehen. Also, alles gut für Hunter Biden? Das sah lange so aus. Dann hat allerdings Ende Juli 2023 die zuständige Richterin den Deal platzen lassen. Das sei alles sehr schwammig formuliert, meinte sie sinngemäß. Sie wisse überhaupt nicht, ob so etwas in diesem Fall überhaupt verfassungsgemäß sei. Also, dieser Deal, der da ausgehandelt worden ist. Außerdem wollte sie von dem Staatsanwalt wissen, schließt der Deal denn auch ein, dass künftig nicht mehr strafrechtlich gegen Hunter Biden ermittelt werden kann? Nein, meinte der Staatsanwalt. Doch, hat aber daraufhin Hunters Anwalt gerufen und gesagt, der Deal ist vom Tisch. Und kurz darauf hat sich Hunter für nicht schuldig erklärt. Das heißt also, kein Ende. Und es wird weiter gegen Hunter Biden ermittelt. Der zuständige Staatsanwalt wurde inzwischen vom Justizminister sogar zum Sonderermittler ernannt und hat damit deutlich mehr Rechte. Aber warum muss denn überhaupt weiter ermittelt werden? Mit den Steuern und der Waffe war doch eigentlich alles klar. Das lässt sich alles ziemlich gut belegen. Da sind wir jetzt beim zweiten Teil. Und hier kommt wiederum Joe Biden ins Spiel. Worum geht's da? Es geht um, zweitens, Bestechungsvorwürfe. Auf dem Notebook von Hunter Biden haben die Ermittler auch noch weitere Informationen gefunden, die eventuell strafrechtlich relevant sind und sich mit Vorwürfen decken, die schon etwas länger im Raum stehen. Vorwürfe, die vor allem vom politischen Gegner von Joe Biden immer wieder vorgebracht worden sind. Es geht dabei vor allem um zwei Dinge. Geschäfte zwischen Hunter Biden und einem chinesischen Konzern und ein Job, den Hunter Biden in der Ukraine hatte. Der Kern der Vorwürfe vor allem von den Republikanern ist, Hunter Biden hätte gezielt den Einfluss seines Vaters ausgenutzt, um im Ausland Geld zu verdienen. Joe Biden habe davon gewusst und Teile des Geldes selbst erhalten. Er, der US-Präsident, habe sich bestechen lassen. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und beginnen mit China. Unter anderem durch die Daten auf dem Notebook weiß man inzwischen, Im Jahr 2017 haben Hunter Biden und sein Onkel mit dem chinesischen Energiekonzern CEFC zusammengearbeitet. Gemeinsam mit einem Vertreter von CEFC hat Hunter ein neues Unternehmen in den USA aufgebaut, Hudson West. Für seine Leistungen hat Hunter nach eigenen Angaben knapp 700.000 US-Dollar erhalten. Außerdem soll CEFC Millionen von Dollar überwiesen haben, um das neue Unternehmen zu laufen zu bekommen. Allerdings, kurz darauf, war alles schon wieder vorbei. Ein wichtiger Manager von CEFC war wegen Korruption aufgeflogen und alles musste abgewickelt werden. Das heißt, der Sohn und der Onkel des US-Präsidenten haben Geschäfte mit China gemacht und gut daran verdient. Und Joe Biden selbst? Der war zu dieser Zeit nicht mehr politisch aktiv. Oder noch nicht. Er war nicht mehr Vizepräsident und noch nicht Präsident. Nach dem Ende der zweiten Amtszeit von Barack Obama Anfang 2017 war auch die Zeit des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden vorbei. Aber hat Joe Biden zu seiner aktiven Zeit geholfen, diesen Deal mit China einzufädeln? Hat er generell seinen Einfluss geltend gemacht? Womöglich sogar mitverdient? Was sagt er generell zu den Deals mit China? Niemand aus meiner Familie hat jemals Geld mit China verdient. Darauf hat Joe Biden lange bestanden. Als dann allerdings Beweise dafür bekannt geworden sind, dass es die Geschäfte gab, unter anderem durch die Washington Post, musste Joe Biden zurückrudern. Die Aussage jetzt ist, er selbst, Joe Biden, habe mit den Geschäften nichts zu tun. Was da dran ist? Das wird momentan noch ermittelt. Möglich wäre, dass Joe Biden tatsächlich nicht aktiv beteiligt war, sondern durch seine Autorität im Hintergrund eine wichtige Basis für den Deal gewesen ist. In einem Fall soll Hunter Biden einem Geschäftspartner zum Beispiel mit negativen Folgen für ihn gedroht haben. Zitat, Ich sitze hier mit meinem Vater. Diesen indirekten Einfluss bringt auch die Washington Post ins Spiel. Rechtlich problematisch wäre es für Biden allerdings erst dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass er aktiv gehandelt und finanziell von den Geschäften profitiert hat. Diesen Nachweis gibt es bisher, muss man sagen, allerdings nicht. Und dann kommen wir noch zu dem Fall in der Ukraine. Im Jahr 2014 wurde Hunter Biden Teil des Aufsichtsrats von Burisma, ein Unternehmen aus Zypern, das Erdgas in der Ukraine ausbeutet und fördert. Allein schon diese Personalie hat bei einigen Beobachtern für Verwunderung gesorgt. Hunter Biden hatte in diesem Bereich überhaupt keine Erfahrung. Er spricht kein Russisch, auch kein Ukrainisch und hat auch sonst überhaupt keine Bezüge zu der Region. Der Vorwurf war, Joe Biden, damals US-Vizepräsident und zuständig für die Ukraine-Politik der USA, habe das eingefädelt. Dafür gibt es allerdings bis heute keine Beweise. Die Geschichte geht aber noch weiter. Weil es Vorwürfe wegen Korruption bei Burisma gab, hat ein Staatsanwalt damit angefangen zu ermitteln. Kurze Zeit später, im Jahr 2016, wurde dann genau dieser Staatsanwalt gefeuert. Der Vorwurf, er sei selbst korrupt. Und genau an diesem Punkt gibt es jetzt zwei Versionen, die von Joe Biden und die seiner Kritiker. Seine Kritiker sagen, Burisma habe jeweils ungefähr 5 Millionen US-Dollar an Joe und 5 Millionen an Hunter Biden bezahlt. Als Bestechung. Der Staatsanwalt habe das aufklären wollen und um die Aufklärung zu verhindern, habe Joe Biden Druck auf die Ukraine gemacht, den Staatsanwalt zu feuern. Biden habe das mit der Auszahlung von Hilfsgeldern verknüpft. Joe Biden selbst sagt allerdings, das ist komplett falsch. Man sei sich international einig gewesen, dass der Staatsanwalt korrupt sei. Er selbst habe überhaupt keinen Einfluss genommen, sondern das sei alles im gegenseitigen Einvernehmen passiert. Donald Trump wiederum hat diese Version als Lüge bezeichnet und soll seinerseits Druck auf die Ukraine ausgeübt haben, gegen Hunter Biden zu ermitteln. Das Ergebnis war, es gab keine Ermittlungen, sondern ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wegen Einmischung im Ausland. Das ist letztendlich aber gescheitert. Die Frage ist, was stimmt? Genau damit beschäftigt sich jetzt ein Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses unter Vorsitz der Republikaner. Auch die Demokraten sind beteiligt. Die Republikaner sprechen unter anderem von 17 Tonbandaufnahmen, die eindeutig belegen sollen, dass Millionen an Bestechungsgeldern an beide Bidens geflossen sind. Das FBI, das den Fall untersucht, schweigt allerdings bisher dazu. Außerdem gibt es weitere dokumentierte Aussagen, unter anderem von Whistleblowern, die die Vorwürfe ebenfalls bestätigen sollen. Allerdings stellt unter anderem das FBI die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen infrage. Wenn ihr euch das mal selber anschauen wollt, findet ihr in der Infobox den Link zu der offiziellen Website des Untersuchungsausschusses. Dort gibt es auch jede Menge Dokumente, die man einsehen kann. Klar ist, es steht Aussage gegen Aussage und eindeutige Beweise fehlen bisher. Auch hier wieder die Betonung auf bisher. Die Republikaner sagen, das liege auch daran, dass Joe Biden als Präsident Einfluss auf das FBI habe. Der streite das ab. Und so geht es weiter hin und her. Wovon man auf jeden Fall ausgehen kann, ist, das Thema wird den anstehenden US-Wahlkampf begleiten und teilweise vielleicht sogar dominieren. Donald Trump bezeichnet Joe Biden schon jetzt als korruptesten US-Präsidenten aller Zeiten. Und die Republikaner denken über ein Amtsenthebungsverfahren nach. Das würde zwar wahrscheinlich spätestens am Senat scheitern, indem die Demokraten die Mehrheit haben, aber es könnte sich negativ auf Joe Bidens Wahlkampf auswirken. Ein Randaspekt ist übrigens auch noch, als die ersten Vorwürfe gegen Joe und Hunter Biden aufgekommen sind, hat Twitter Nachrichten dazu als Falschmeldungen markiert und teilweise unterdrückt. Das zeigen Unterlagen, die durch den jetzigen Chef Elon Musk veröffentlicht worden sind. Mehr dazu in der Infobox. Auch große Medien hatten sich lange zurückgehalten, bis unter anderem die Washington Post mit ihren Veröffentlichungen angefangen hat. Sie hat Daten von dem Notebook bekommen. Letzteres hat allerdings nichts mit Parteilichkeit zu tun, sondern mit Journalismus, bei dem man erst dann etwas veröffentlicht, wenn es sichere Quellen gibt. Und die gab es dann eben mit den Daten, die man von dem Notebook beziehen konnte. Und wie gefährlich könnte das alles noch für Joe Biden werden? Wenn es so bleibt, wie bisher eher weniger gefährlich. Allerdings sobald konkrete und unumstößliche Beweise gefunden werden sollten, die belegen, dass er selbst beteiligt war und sogar Geld erhalten hat, dann würde es sehr eng für ihn werden. Und Hunter Biden? Der hat nicht nur seinen Deal verloren, sondern könnte unter Umständen sogar noch dafür bestraft werden, dass er ohne entsprechende Registrierung für ausländische Unternehmen gearbeitet hat. Aber das ist ganz wichtig, aktuell liegen keine eindeutigen Beweise gegen Joe Biden vor. Auch das Justizministerium unter Donald Trump hatte da nichts gefunden, obwohl jahrelang gesucht worden ist. Die Geschichte geht auf jeden Fall weiter. Wie sieht es denn bei euch aus? Haltet ihr die Vorwürfe für plausibel? Oder ist euch das zu weit hergeholt? Hat das für euch mit Wahlkampf zu tun? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und in dem hier findet ihr außerdem noch ein Video über die Vorwürfe gegen Donald Trump und ein Video über die bisherige Regierungszeit von Joe Biden. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.